Moin Leute, endlich ist es soweit. Mein Paket mit dem Retroid Pocket 4 Pro ist endlich angekommen. Und so wie ihr das Ganze hier vor euch seht, so ist es dann tatsächlich auch bei mir gelandet. Die Umverpackung war noch so eine leichte Tüte, ansonsten kommt es genau so an. In dem heutigen Video werden wir einmal ein Unboxing machen, einen Ersteindruck werde ich euch von mir mitteilen und dann werde ich euch noch einmal mitnehmen über den Bestellprozess, da das für den einen oder anderen vielleicht ganz interessant sein könnte. Wir beginnen einmal ganz kurz mit dem Bestellprozess. Ich habe es damals direkt zur Vorbestellaktion bestellt mit einem 5 Euro Rabattcode. Ich habe mit Versandkosten, ich habe den schnellen Versandgewicht, 212 Euro waren es glaube ich gezahlt. Ich habe jetzt hier die Pro Variante, also mit 8 GB RAM, mit dem Dimensity 1100 und dann kamen leider noch Zollgebühren in Höhe von knapp 50 Euro. Also ich habe hier summa summarum 260 Euro gezahlt und ihr seht es auch schon, die Farbauswahl, es ist das 16 Bit von der Farbe her. Es gibt noch Schwarz, Wassermelone, das ist so eine durchsichtige Farbe, dann Ice Blue und Crystal, sehen alle ganz nett aus, aber mir gefällt dieses 16 Bit Design sehr. Das Paket hatte am 16. die Versandzentrale in China verlassen und ist dann tatsächlich bei mir am 23. angekommen. Das heißt, so lange hat der Versand gar nicht gedauert, das ist wirklich erstaunlich, aber wie gesagt, ich habe ja auch den schnellen Versand gewählt. Kommen wir jetzt einmal zum Verpackungsinhalt. Wir haben hier ganz typisch für Retroid dieses Design an der Verpackung, so leicht gräulich. Dann haben wir einmal ein Panzerglas, ist ganz nett. Dann das Gerät selbst, eine wirklich kurze und knappe Bedienungsanleitung und das finde ich wirklich gut, anstatt immer zugeballert zu werden. Und ein USB-C auf USB-A Kabel fürs Laden. Wahlweise könnt ihr für 15 Dollar zum Beispiel noch ein Grip bestellen, damit das Ganze ein bisschen ergonomischer ist. Oder ein Carrying Case für 10 Dollar und dann gibt es noch Hull Joysticks und andere Buttons, die ihr euch auch wahlweise für 10 Dollar kaufen könnt. Ansonsten hier seht ihr die Anleitung. Alle Buttons sind einmal erklärt und auf der rechten Seite dann die Specs. Ich habe wie gesagt die Pro-Variante, also mit dem Mediatekter Menti 1100. Der hat 4 Kerne zu 2,6 GHz und 4 Kerne zu 2 GHz. 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB UFS 3.1 Internspeicher und ein SD-Kartenslot. Eine aktive Kühlung, ein 4,7 Zoll Display mit einer Auflösung von 750 x 1334. Was ansonsten noch interessant ist, wir haben hier ein Micro HDMI Output für 720p und in der Pro-Variante die Möglichkeit über den USB-C Anschluss 1080p Bildschirme anschließen zu können. Dann haben wir einen 5000 mAh großen Akku und Fast Charging. Vom Gewicht her sind wir bei 261 Gramm. So und hier haben wir auch das gute Stück. Es sieht nicht nur fantastisch aus, es fühlt sich tatsächlich auch richtig genial in der Hand an. Es ist einerseits klein, andererseits ist es doch groß genug, um ein angenehmes Spielgefühl zu bekommen, meiner Meinung nach. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass das Display so extrem spiegelt. Aber ja, da gibt es ja geteilte Meinungen, der eine findet so besser, der andere so. Ihr müsst es für euch selbst entscheiden. So, jetzt schauen wir uns das Gerät einmal rundherum an. Ich sagte schon, die Haptik von den Buttons ist wirklich fantastisch. Das Steuerkreuz, die Analog-Sticks und auch die ABXY-Tasten sehen nicht nur fantastisch aus, sie lassen sich auch wirklich sehr gut bedienen. Das Einzige, was mich noch so ein bisschen stören würde, ist, dass Start und Select unten rechts sind und nicht so wie bei einem normalen Controller oben rechts und oben links. Aber ja, auch da gibt es immer geteilte Meinungen. Ansonsten haben wir hier jetzt einmal die Schultertasten. Die haben wirklich ein angenehmes Gefühl, vor allem R2 und L2 haben einen angenehmen Widerstand. Dann haben wir oben noch hier einmal den Micro HDMI-Anschluss, den Lüfter, lauter, leiser und den Power-Button. Die Rückseite ist komplett blank gehalten, nur einmal der Schlitz für den Lüfter. Auf der Unterseite haben wir dann zwei Lautsprecher, den USB-C-Anschluss, AUX-Anschluss und hier den Anschluss für die SD-Karte. Damit habt ihr jetzt einmal einen Überblick über das Gerät und wie es sich anfühlt. Ich werde das Gerät jetzt einmal anschalten, ein bisschen einrichten und dann machen wir weiter mit dem Spielgefühl und den ersten Eindrucken, wie es sich anfühlt. Ob es Plug and Play ist, ob es zu kompliziert ist oder ob es intuitiv genug ist. Als Betriebssystem haben wir hier Android 13 und wenn ihr das Gerät startet, dann werdet ihr so wie bei jedem Smartphone auch, was Android nutzt, in der Regel ganz klassisch begrüßt. Wir haben hier zwar ein etwas angepasstes Overlay von Retroid, aber das unterscheidet sich nicht wirklich großartig von den anderen Herstellern, die auch Android als Software nutzen. Im Kern ist es wirklich identisch. Sobald ihr euch eingerichtet habt, also sprich Uhrzeit, Datum und was es sonst noch alles gibt, werdet ihr hier mit diesem Fenster begrüßt. Hier könnt ihr zum Beispiel auswählen, welche Emulatoren vorinstalliert werden sollen. Da kriegt ihr euch dann wahlweise durch, je nachdem was eure Präferenzen sind. Klar, für den einen oder anderen, der das erste Mal damit in Berührung kommt, wird das definitiv nicht selbsterklärend sein. Allerdings könnt ihr diesen Prozess hier von dieser Einrichtung auch im Nachgang noch einmal starten. Da gibt es im Menü eine Einstellungsmöglichkeit, wo ihr dann wieder diesen Launcher starten könnt. Und dann habt ihr auch da die Möglichkeit, das nachzuholen, wenn ihr noch ganz von vorne beginnen möchtet. Wenn ihr dann eure Auswahl getroffen habt, werden die Emulatoren installiert. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit auszuwählen, wie es aussehen soll. Das untere ist der klassische Android Launcher, das obere ist der Retroid Launcher. Das ist einfach nur ein Frontend, wie es aussehen soll, wenn ihr das Gerät startet. Ich bin damit wirklich zufrieden. Ich finde es gut, dass es angeboten wird, weil es ist ja am Ende ein Gerät, was zur Emulation genutzt werden soll. Primär und nicht als Android-Device. Und so sieht das Ganze dann aus. Ein bisschen blank, aber wenn ihr hier unten bei den Reitern mal ein bisschen euch durchklickt, seht ihr die Möglichkeit, dass ihr einerseits Apps hinzufügen könnt, andererseits könnt ihr hier auf den Reiter Emulation gehen. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, die eben installierten Emulatoren anzeigen zu lassen. Wenn ihr dann hier auf Systems geht, dann könnt ihr hier die jeweiligen Systeme auswählen, die angezeigt werden sollen. Und dann sieht das Ganze wirklich sehr gut aus. Wenn ihr auch hier die Auswahl getätigt habt, dann könnt ihr natürlich auch diese Oberfläche immer wieder verlassen. Wenn ihr unten links einfach auf Quit drückt, dann kommt ihr auf das ganz normale Android-System. Das dürfte jedem geläufig sein, der ein Android-Smartphone hat. Hier habt ihr dann ganz normal die Einstellungen, wie die Hinweise zum System, Firmware-Updates. Dann habt ihr hier nochmal einen ganz gesonderten Reiter für Updates. Und ihr habt nochmal einen gesonderten Reiter für ganz spezielle Einstellungsmöglichkeiten zu dem Handheld. In diesem speziellen Menü könnt ihr zum Beispiel die Power-Savings-Einstellung anpassen, dann wie der USB-C reagiert, dann die Statusbar, der Input. Und auch wenn ihr zum Beispiel eine virtuelle Maus haben wollt, könnt ihr das hier aktivieren. Hier würde ich euch einmal empfehlen, alles durchzuschauen und dann nach euren Präferenzen einzustellen. Hier habt ihr wirklich viel Auswahlmöglichkeiten. Es wird wirklich deutlich, dass sich der Hersteller Retroid hier tatsächlich Gedanken gemacht hat und nicht einfach nur Android draufgeklatscht hat, ein bisschen so ein Front-Ad designt hat und dann sagt, ja schaut mal, wie ihr jetzt hier zurechtkommt. Nein, man hat wirklich versucht, hier sinnvolle Anpassungen zu machen. Kommen wir jetzt aber noch einmal zurück zu dem Overlay von Retroid und wie das Ganze aussieht und aufgebaut ist. Ihr habt, wie gesagt, hier einmal eine Übersicht über alle Plattformen, die ihr euch anzeigen darfst. Wenn ihr dann eine SD-Karte zum Beispiel einsetzt und ihr dann auf Setup drückt, dann könnt ihr hier, wo ganz oben Create ROM Folders steht, die Ordnerstruktur herstellen lassen. Da habt ihr dann wahlweise die Möglichkeit auszusuchen, ob es in dem internen Speicher erfolgen soll oder dann in der jeweiligen SD-Karte. Wenn ihr dann darauf drückt, dann werden die Ordner automatisch erstellt. Dann könnt ihr die SD-Karte zum Beispiel wieder herausnehmen und an eurem PC dann die ROMs in die jeweiligen Ordner packen. Ihr habt dann auch zusätzlich noch die Möglichkeit, dann die BIOS-Files in die jeweiligen Ordner zu packen. Das hat dann natürlich den Vorteil, dass das System weiß, wo die BIOS-Files gelesen werden müssen. Und wenn ihr es dann in diesen Ordner packt, dann habt ihr auch keine Probleme damit. Ich bin ehrlich, man muss natürlich ein bisschen Neugier mitbringen. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass man mich so ein bisschen durch das Programm durchführt. Das mit dem Setup, das habe ich zum Beispiel erst später gefunden. Ich habe als erstes die ganzen Ordner selbst in der SD-Karte erstellt. Und dann bin ich auf die jeweiligen Emulatoren gegangen und habe dann die Dateipfade für die ROMs und BIOS selbst hinzugefügt. Dann am Nachgang habe ich gemerkt, okay, man hatte die Möglichkeit, dass das systemseitig gemacht wird. Und ja, dann war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Aber so ist das nun einmal. Man muss sich halt mit der Sache im Kern doch noch beschäftigen. Dann kommt noch hinzu, dass man hier bei vielen Emulatoren RetroArc benutzt. Und da muss man ja dann auch öftermals ein paar Einstellungen anpassen, wie zum Beispiel die Cores richtig auswählen und so weiter. Und das ist bei der Erstnutzung meiner Meinung nach nicht immer so übersichtlich, wie man meinen würde. Wenn ihr dann nach ein bisschen Einarbeitung alles eingestellt bekommen habt, dann kann das Ganze am Ende so aussehen. Das ist jetzt zum Beispiel die Game by Color Emulation, wenn ich mich nicht täusche. Und ihr seht auch schon, wir haben auch direkt schon weitere Sonderfunktionen, wie zum Beispiel das Vorspulen über die R2-Taste. Das finde ich wirklich sehr gut. Und auch wenn ihr hier zweimal auf den Home-Button drückt, dann kommt ihr auch wieder zurück. Man bekommt aber, so wie eben gerade jetzt, auch immer mal wieder so Hinweise, wo man dann einfach irgendwo auf einen Button drückt und dann hofft, dass es einfach funktioniert. Und es hat ja auch in dem Fall funktioniert. Wie gesagt, ich kenne mich damit ein bisschen aus, deswegen kann ich mir ein bisschen selbst helfen. Aber wenn jemand wirklich komplett neu einsteigen möchte, dann stelle ich mir das doch durchaus etwas komplizierter vor, sodass man sich hier sicherlich ein paar Stunden einlesen muss im Zweifel. Aber auch da, das gehört halt dazu. Jetzt haben wir hier noch einmal die Game by Advanced Emulation. Und auch das läuft wirklich fantastisch. Man kann hier teilweise vorspulen, man kann die Buttons auf dem Display nutzen, man kann die Display-Button aber auch deaktivieren. Und ich finde, es ist wirklich gut gelöst worden. Ihr seht es, ich kann jetzt hier zum Beispiel vorspulen, kann jetzt hier in das Menü ganz schnell gehen oder kann das Vorspulen beenden, kann Save-States erstellen und, und, und. Also man hat hier wirklich allerlei Einstellungsmöglichkeiten und das funktioniert wirklich nahtlos. Das Gute ist auch, ich hatte nie beim Spielen das Gefühl, dass hier die Knöpfe falsch positioniert sind oder sonst etwas, dass mal irgendwas krampfig ist. Einzig die lauter und leiser Tasten, ihr habt es eben gerade gesehen, die sind meiner Meinung nach falsch positioniert. Die sind da oben rechts neben dem Power-Button. Die hätten meiner Meinung nach auf der linken Seite sein müssen. Da wäre es viel besser und einfacher zu erreichen gewesen, ohne wirklich so umgreifen zu müssen. Jetzt kommen wir noch einmal zum Sound und der ist wirklich fantastisch. Also ich kann hier beim Sound wirklich nichts bemängeln, es hört sich einfach nur gut an. Ich muss aber im Langzeittest einmal schauen, ob die Positionierung gut ist, aber vorab habe ich da erstmal keine Kritikpunkte. Ich denke ihr habt es gehört, es wird einerseits sichtig schön laut und das selbst bei nicht vollständiger Lautstärke und der Ton ist auch meiner Meinung nach klar und deutlich genug. Jetzt haben wir hier noch einmal eine N64 Emulation, einfach um mal den Analog Stick zu testen. Und das macht auf den ersten Eindruck wirklich einen soliden Eindruck. Die Eingaben funktionieren richtig gut. Man hat nie das Gefühl, dass die Positionierung zu verkrampft ist. Also damit bin ich vorerst auch zufrieden. Und ihr seht auch hier, man hat die Einstellungsmöglichkeiten bei dem Emulator, die sehen hier ein bisschen anders aus. Aber auch hier kann man vorspulen, man kann Save-States erstellen, man kann laden. Also man hat hier wirklich allerlei Möglichkeiten, die man auch von den anderen Emulatoren und Retro-Handhates gewöhnt ist. In dem folgenden Abschnitt schauen wir uns jetzt einmal die 3DS Emulation an. Und wundert euch bitte nicht über die Grafik-Glitches, das liegt glaube ich eher an mir. Aber ihr habt hier bei dem Emulator wirklich allerlei Möglichkeiten, wie ihr was einstellen könnt. Das finde ich tatsächlich etwas komplizierter. Ich würde mir das eher so wünschen, dass man die Bildschirme anders anordnen kann und ich dafür Layouts habe. Hier kann ich das selber auswählen. Aber ganz ehrlich, da tut ihr euch keinen Gefallen mit. Schaut euch das einmal an, das macht ihr mit der Hand, da zieht ihr das mit der Hand. Das wird nie gut ausgehen, meiner Meinung nach. Da sollte es Presets geben, genau angepasst für diesen Display. Das kann man sicherlich erwarten. Ansonsten auch hier, wie klassisch bei jedem Emulator, Safe States, Cheats, Laden, Screenshots. Also wirklich alles, was man möchte. Zu guter Letzt schauen wir uns jetzt noch einmal die Wii-Emulation an. Und ja, ihr habt richtig gehört, das ist tatsächlich Wii-Emulation. Und selbst die läuft teilweise noch spielbar. Ihr seht es, wir haben jetzt die Auflösung auf das 0,5-fache reduziert, damit es überhaupt läuft. Aber selbst da ruckert es bei einigen Spielen. Das kann man nicht verkennen. Aber es ist erstaunlich, dass es überhaupt funktioniert. Klar, wir werden hier Ruckler haben. Das ist ja zum Beispiel Mario Galaxy 2. Da oben links habt ihr auch eine FPS-Anzeige. Das schreibt zwar hin und wieder mal 60 FPS, aber die Schwankungen sind schon sehr, sehr stark. Und man merkt es einfach auch am Spielgefühl, dass das kein flüssiges Spielgefühl an sich ist. Aber wie gesagt, es ist immerhin möglich. Und ich denke auch, dass nicht so leistungsstarke Spiele durchaus spielbar sein sollten, ohne Probleme. Ein weiteres Spiel, was auf der Wii mehr oder weniger lief, ist New Super Mario Bros. Wii. Und da merkt man die Ruckler wirklich erheblich. Also wenn ihr springen wollt oder nach links und rechts geht, dann spürt ihr regelrecht die Verzögerung. Und man kann natürlich auch nicht verkennen, dass die Auflösung wirklich erschreckend aussieht. Also man sieht wirklich die Pixel, man merkt, dass es einfach auf die halbe Auflösung reduziert worden ist. Und jetzt hier nochmal wirklich, ihr seht wirklich, wie Mario hier durch die Gegend ruckelt. Spaß macht das Ganze nicht. Und was ihr hier auch jetzt zum ersten Mal seht, ist tatsächlich, dass der Bildschirm in der Komplettheit ausgenutzt wird. Und dennoch haben wir meiner Meinung nach zu große Bildschirmränder. Es hätte hier durchaus ein 5 Zoll Display sein können, sodass man weniger Ränder hätte. Dann sähe das Ganze auch ein bisschen besser aus. Und ich glaube, das wäre auch tatsächlich noch machbar gewesen. Aber am Ende des Tages kann man auch hiermit zufrieden sein. Es sieht ja wirklich vom Bild her, von der Qualität fantastisch aus. So Leute, und das waren auch meine Ersteindrücke. An und für sich ist das Gerät wirklich fantastisch. Und für knapp 250 Euro mit Zoll ist der Preis auch meiner Meinung nach durchaus angemessen. Wir bekommen hier wirklich sehr viel an Emulationsmöglichkeiten, teilweise sogar bis zur Wii. Und haben auch noch wirklich ein angenehmes Overlay. Und top kommt noch, dass wir Android haben und somit auch teilweise einige Android-Spiele nutzen können. Das werde ich auch in Zukunft einmal testen. Auf der anderen Seite muss man aber auch anmerken, dass die Geräte von Retroid, die mit Android laufen, ein bisschen mehr Einarbeitung benötigen, als zum Beispiel Geräte, die mit einer Linux-Software laufen. Wie bei vielen anderen gängigen Retro-Handhead-Geräten. Ich hatte auf jeden Fall verdammt viel Spaß beim Zocken. Es liegt wirklich sehr gut in der Hand. Das Display ist gut. Der Sound ist gut. Also wirklich, ich kann dieses Gerät jetzt nach meinem Ersteindruck vollends empfehlen. Ich werde es mir aber auch noch einmal im Detail anschauen und natürlich noch ein Fazit-Video machen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu sehen wollt. Welche Spiele wollt ihr sehen? Welche Emulatoren wollt ihr sehen? Habt ihr besondere Fragen, wie zum Beispiel Controller-Support über Bluetooth? Ob die Verbindung nahtlos ist, ob es eine Latenz gibt und und und. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich versuche es dann so gut es geht umzusetzen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.